Mein Name ist Anna Pauli, ich leite das Projekt Aktivierung und die Stärkung von alleinerziehenden Müttern und Väter in Berlin-Rheinkendorf. In unserem Projekt beraten Alleinerziehende in und nach der Trainingszeit. Als alleinerziehende Mama ist es halt nicht immer ganz einfach den Alltag unter einen Hut zu bekommen, gerade wenn das Kind noch Turnenunterricht hat, wo man das Kind noch hinbringen muss und abends dann noch vielleicht beruflich zu tun hat. Es ist gut, dass es so ein Projekt gibt wie dieses hier, wenn es dann Lösungen gibt, wo einem dann bei bestimmten Herausforderungen dann auch geholfen wird, wie zum Beispiel bei Formulare ausfüllen oder Behördengänge. Das Projekt ist etwas Besonderes, weil es sich gerade hier auch in einem Kiez präsentiert, wo es eben besonders gebraucht wird. Und besonders profitieren natürlich davon auch die Kinder selbst, denn zufriedene Eltern sind immer auch zufriedene Kinder. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Inmitten von Weinbergen die Annehmlichkeiten eines Fünf-Sterne-Superior-Hotels mit hochwertiger Gastronomie genießen. Eine Woche für zwei im Victors Residenzhotel Schloss Berg im Saarland gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 5721515. Einen Audi A1 gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 3278460. Genießen Sie entspannende Momente im Fünf-Sterne-Hotel Dollenberg. Eine Wellnesswoche für zwei Personen in der Ortenau im Schwarzwald gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 5845106. Einen Audi A3 gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 2754980. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 9801588. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter.